Hallo und willkommen zurück, hier bei Z-Guides und Elden Ring. Wir wollen hoch zum niederen Erden bauen. Wir standen schon mal kurz hier oben. Aber ich dachte, ich nehme euch mal mit auf den Weg. Hier haben wir jetzt ein paar Gegner und ein paar Items. Fast hätte es geschafft, Kollege. Die Waffen können doch auch drücken. Oh, das war zu früh. Oh, das schießt mich hier. Da oben. Oh. Das ist so geil, wie die Radfahrt. Ein paar hässliche Fiecher, oder? Was sagt ihr dazu? Und weißt du, warum die so aussehen? Weil die Z-Guides nicht abonniert haben. Damit euch das nicht passiert? Ich würde schnell auf den Apo-Button drücken. Apo-Button. Ich hätte gedacht, ich hätte mal einsammeln sollen. Ich rede von Items und rennen. Schon am ersten vorbei. Ah. Aber auch heranwachsen, das Schmetterling. Cool, danke. Das habe ich mich immer gewünscht. Hm. Wir verteidigen ja noch nicht mal irgendwas. Das hat sich mal so gar nicht gelohnt. Ich habe auch gedacht, dass es viel schneller geht. Aber gut. Dafür kann man sich täuschen. Wir wollen das nur zum Bauen. Ah, ich habe auch angelegt. Da haben wir Wunden fett. Ah, so war es nicht geplant. Hier. Ich habe mich schon gewundert. Wo die Geräusche haben. Die hängen überall voll damit. Nein, nein, nein. Das macht mehr. Drei. Ja. Oh. 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 Ah, er sieht mich nicht. Das tut weh. Bringt jetzt auch nicht so viel ein. Naja, gut. Wo ist denn der Hund los? Ah, da gehen wir noch nicht hin. Befleckte goldene Sonnenblumen. So, was steckt mir hier entgegen? Wo kommt der eigentlich? Ich habe nur Tabo im Katzenland. Hintergrund. Niederer Erdenbaum. Hier wollen wir hin. Wir haben so Steine. Uh. Musst du kurz niesen. Hm. Musst du doch irgendwas geben. Ah. Fleckte goldene Sonnenblume. Hier standen wir schon mal. Ah, da ist er doch unser. So. Den suchen wir. Nein. Oh shit. 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 Das ist ein Wetter nicht. Diese Träule. Ach, diese Scheiße. Ich könnte eigentlich nichts machen, oder? Oh, ein Kompagniskt dabei. Oh genau, jetzt. Nein, 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 nein. Ooh. Good, man. Let's go. Stinkende Avatar Mies Gehknocht zum Fall gebracht. Oh, was? Gesprungene Dorn-Train-e, gesprungene Kristall-Train-e. Oh, die müssen wir uns angucken. Was machen die? Schönes. Gesprungene Dorn- und Kristall-Train-e. Stimmt, die sagen, glaube ich, es ist ja auch nur für den Drang. Für die wundersamen Arznei. Ja, auf jeden Fall. Geweihtes Schneefeld. Niedere Erdenbaum, hier oben. Von hier aus losgelaufen. Jetzt gehe ich da wieder hin zurück und schaue mir an. Was? Achso, ich habe gar nicht rumgeguckt. Ja, äh. Scheiße, wo war das? Erzeugt eine Explosion, erzeugt Explosionen. Was ist denn das für ein Scheiß? Ja, macht aufeinanderfolgende Angriffe stärker. Macht jetzt viele einzelne schnelle Schläge, also viele kleine Schläge ineinander weg. Gar nicht mal so blöd, dass du darauf unbedingt gehen möchtest. Aber gut, das war der Niedere Erdenbaum im geweihten Schneefeld. Danke fürs Zusehen. Lass ein Abo da. Nichts zu verpassen. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020